Der Seilschlepper Timberhawk ist eine Neuentwicklung der Firma Haas Maschinenbau aus Bad Hinderlang. Basierend auf dem bewährten Timberjack 240 wurde das Konzept komplett neu überarbeitet. Das ist jetzt die sechste Maschine, die ich bei der Firma Haas gekauft habe. Und da ist dem Franz ein richtiger Volltreffer gelungen. Ich bin total begeistert von dieser Maschine und ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Franz und seinem Team bedanken. Und durch die große Gradzahl, wo sich die Vorderachse bewegen kann, hat man auch immer perfekte Traktion. Eine detaillierte Maschinenbeschreibung durch die Anwender finden Sie auf dem YouTube-Channel von Haas Maschinenbau. Ich bin so begeistert und so ein Fan vom Timberhawk und jetzt zeige ich euch mal was. Ja, das hat mein Vorder. Sieht cool aus. Ja, das hat mein Vorder. Sieht cool aus. Ja, das hat mein Vorder. Sieht cool aus.